Und mit demnächst meine ich jetzt. Wir schauen mal, was haben wir hier, was haben wir hier. Das sieht aus wie Deichkind. Habe ich auch schon länger nicht mehr reingehört. Ist gut, dass man die ganzen alten Sachen mal... Man hat es ja dann immer alles auf dem Computer und dann hört man es irgendwann nicht mehr. Welches Album ist das hier? Hört ihr die Signale? Dicker Bauch, Arbeiten, Nervt. Ja, das war das Arbeiten, Nervt Album. Ja, ich fand 23 Dohlen ziemlich geil. Ist ein bisschen... Ja, wie soll man Deichkind eigentlich beschreiben? Ist so Elektro-Rap, besoffene Leute machen Musik. Ja, wenn man Spaß am Leben hat, sollte man mal reinhören. Wenn man eher nicht so Spaß am Leben hat, sollte man es eher sein lassen. Auf jeden Fall ein Geheimtipp von mir, kennt eigentlich jeder. So, bis demnächst.